Viertes Kapitel, zweiter Punkt, von der Demut des Verstandes 1. Nachdem wir den Nutzen der Demut erkannt haben, müssen wir jetzt auch sehen, wie man sie üben und was derjenige tun muss, der diese heilige Tugend erlangen will. 2. Man unterscheidet die Demut des Verstandes von der Demut des Willens. Ich will zuerst von der Demut des Verstandes reden, ohne welche man die Demut des Willens nicht erlangen kann. 3. Die Demut des Verstandes besteht darin, dass man eine geringe Meinung von sich selbst habe und sich für so schlecht und elend halte, wie man es wirklich ist. 4. Die Demut, sagt der heilige Bernhard, ist eine Tugend, durch welche der Mensch in Erkenntnis seines Selbst sich geringschätzt. 5. Demut ist Wahrheit, sagt die heilige Theresia. 6. Und deshalb liebt der Herr die Demütigen so sehr, weil jene die Wahrheit lieben. 7. Es ist nur allzu wahr, dass wir nichts sind, dass wir unwissend, blind und untüchtig sind, irgendetwas Gutes zu tun. 8. Von uns selbst haben wir nur die Sünde, welche uns noch verächtlicher macht als das Nichts. 9. Von uns selbst können wir nur Böses tun. 10. Alles Gute, das wir haben und tun, kommt von Gott und gehört Gott an. 10. Der Demütige hat diese Wahrheit immer vor Augen und schreibt deswegen sich nichts zu als das Böse. 11. Er ist überzeugt, dass er alle Verachtung verdient und kann deshalb nicht leiden, dass andere ihm Verdienste zuschreiben, die er nicht hat. 11. Dagegen freut er sich, wenn er verachtet und behandelt wird, wie er es verdient. 12. Dadurch wird der Demütige Gott wohlgefällig. 13. Je verächtlicher jemand sich selbst erscheint, desto kostbarer wird er vor Gott, sagt der heilige Gregorius. 14. Darum lehrte auch die heilige Magdalena von Parzis ihren Klosterfrauen, die zwei Grundlagen der Vollkommenheit beständen in der Liebe zu Gott und in der Selbstverachtung. 15. Dann fügt sie noch hinzu, dass wer sich hier auf Erden mehr verdemütigt habe, werde dereinst zu einer klareren Anschauung Gottes im Himmel gelangen. 15. Wir müssen also immerfort mit dem heiligen Augustin Gott bitten, 15. Lass mich erkennen, oh mein Gott, damit ich dich liebe und mich selbst verachte. 16. Lass mich erkennen, oh mein Herr, wer ich bin und wer du bist. 17. Du bist das höchste Gut und ich bin die Armseligkeit selbst, die von sich selbst nichts hat, nichts weiß, nichts kann, die zu nichts anderem taugt, als Böses zu tun. 17. Der weise Mann sagt, Gott wird nur von den Demütigen geehrt. 18. Und zwar deshalb, weil nur die Demütigen in ihm das einzige und höchste Gut erkennen. 18. Wenn du also, geliebte Seele, Gott ehren willst, so musst du immerfort dein Elend vor Augen haben. 19. So musst du aufrichtig bekennen, dass du von dir selbst nur das Nichts und die Bosheit besitzest und dass Gott allein alles in sich schließt, 19. Weshalb du auch überzeugt sein musst, dass du nichts anderes als Schmach und Strafe verdienst und bereit sein musst, 19. Alles aus der Hand Gottes anzunehmen, was er dir zusendet. 20. Darum musst du vor allem dich keines Dinges rühmen. Die Heiligen haben ganz andere Dinge getan als du und deshalb ermahne ich dich, oft eine geistliche Lesung aus dem Leben der Heiligen zu machen, 21. Denn dabei wird dir wenigstens die Hoffart vergehen. 22. Wir werden uns, wenn wir sehen, was für große Dinge jene für Gott getan, über das wenige schämen, das wir getan haben und noch tun. 23. Wie können wir uns auch nur rühmen, da wir doch wissen, dass, wenn irgendetwas Tugendhaftes an uns gefunden wird, 24. Wer würde nicht lachen, sagt der heilige Bernhard, wenn die Wolken sich rühmen wollten, dass sie Regen hervorbringen? 25. Auf gleiche Weise würden aber auch wir, wenn wir uns des wenigen Guten, das wir tun, rühmen wollten, verlacht zu werden verdienen. 25. Der Pater Avila erzählt, ein vornehmer Herr habe einmal ein armes Bauernmädchen geheiratet, damit nun aber dasselbe nicht stolz werde, wenn es sich von Dienern umgeben und mit schönen Kleidern geputzt erblicke, habe der befohlen, dass ihr altes Bauernkleid aufbewahrt und ihr beständig vor Augen bleiben solle. 26. So musst auch du es machen, geliebte Seele, wenn du an dir irgendetwas Gutes siehst. 27. Du musst alsdann deine ursprüngliche Niedrigkeit anblicken und dich erinnern, was du früher gewesen bist und daraus den Schluss ziehen, dass alles Gute, das du hast, ein Almosen ist, welches Gott dir aus Barmherzigkeit zukommen lässt. 28. Der heilige Augustin sagt, wer dir, o Herr, seine Verdienste aufzählet, was zähle der dir anderes auf als deine Gaben? 29. Wenn die heilige Theresia irgendein gutes Werk tat oder dasselbe von anderen tun sah, lobte sie sogleich Gott dafür und bedachte, dass alles Gute allein von Gott komme. 29. Deshalb bemerkt die Heilige mit Recht, die Demut hindere uns nicht, die besonderen Gnaden zu erkennen, die Gott uns vielleicht reichlicher als anderen erteilt hat. 30. Das ist keine Hoffart, sagt die Heilige, denn eine solche Erkenntnis sollte nur unsere Demut und Dankbarkeit vermehren, da wir daraus sehen, dass wir mehr als andere begünstigt sind, obgleich wir dies vielleicht weit weniger verdient haben. 30. Die Heilige setzt noch hinzu, eine Seele, die nicht erkennt, große Gaben von Gott empfangen zu haben, wird auch nie dahin gelangen, große Dinge für Gott zu tun. 31. Nur darauf kommt es an, immer zu unterscheiden, was von Gott und was von uns selbst kommt. 31. Der heilige Paulus scheute sich nicht zu sagen, dass er für Jesum Christum mehr gearbeitet habe als die anderen Apostel. Ich habe mehr als sie alle gearbeitet. Erster Brief an die Korinther 15, 10. Aber er bekannte sogleich, dass alles, was er getan, nicht sein Werk, sondern das Werk der göttlichen Gnade sei, die ihm beigestanden. Doch nicht ich, sondern die Gnade Gottes mit mir. 5. Da du also weißt, geliebte Seele, dass du ohne Gott nichts vermagst, so musst du auch nie auf deine eigenen Kräfte vertrauen, sondern es machen wie der heilige Philipp Neri, der an sich selbst verzweifelte. 5. Der Hoffertige verlässt sich auf seine Stärke und deshalb fällt er, wie der heilige Petrus, der Jesu beteuerte, dass selbst der Tod ihn nicht bewegen werde, ihn zu verleugnen. 6. Wenn ich auch mit dir sterben müsste, so will ich dich doch nicht verleugnen. 6. Weil er dies aber im Vertrauen auf seine eigenen Kräfte sagte, so geschah es, dass er, als er kaum im Hause des Hohen Priesters angekommen war, seinen Meister schon verleugnete. 7. Hüte dich also, deinen Vorsätzen und deinem guten Willen zu trauen. 7. Setze vielmehr all dein Vertrauen auf Gott und rufe oft aus, 8. Ich vermag alles in dem, der mich stärket. Philipp 4, 13 Ich vermag alles, aber nicht in mir, sondern in Gott, der mir Kraft gibt. Dann kannst du hoffen, große Dinge zu tun, denn, sagt Isaias, die auf den Herrn hoffen, bekommen neue Kraft. Isaiah 40, 31 Die Demütigen, die auf Gott vertrauen, bekommen neue Kraft, denn weil sie sich selbst misstrauen, so hören sie auf, schwach zu sein und erlangen die Kraft Gottes. Daher sagte der heilige Kalassanz, Wer will, dass Gott sich seiner zu großen Dingen bediene, der muss dafür sorgen, dass er der Demütigste von allen werde. Mache es, geliebte Seele, wie die heilige Katharina von Siena, die, wenn sie von der eitlen Ehre angefochten ward, sich demütigte und die, wenn sie hierauf zum Misstrauen versucht wurde, all ihr Vertrauen auf Gott setzte. Deshalb sagte auch der Teufel eines Tages ganz wütend zu der Heiligen, Verflucht seist du und der, welcher dich dieses Mittel gelehrt hat, mich zu überwinden, denn ich weiß nicht mehr, wie ich dich angreifen soll. Wenn der Teufel dir also den Gedanken eingibt, du brauchst dich nicht zu fürchten, dass du fallen werdest, oh, dann zittere und bedenke, dass du verloren bist, wenn Gott dich auch nur einen Augenblick verlässt. Wenn der Teufel dich aber zum Misstrauen versucht, so antworte ihm voll Mut mit dem Könige David, Auf dich, oh Herr, hoffe ich, lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Auf dich habe ich alle meine Hoffnung gesetzt. Ich vertraue fest, dass du mich nie zu Schanden werden lässt, dass ich nie wieder deine Gnade beraubt, ein Sklave der Hölle werde. Wenn du das Unglück gehabt hast, geliebte Seele, in eine Sünde zu fallen oder einen Fehler zu begehen, so werde ja nicht kleinmütig, sondern verdemütige dich, bereue deine Fehler und da du jetzt noch deutlicher deine Schwäche erkennst, so überlasse dich mit noch größerem Vertrauen ganz und gar deinem Gott. Es ist kein Zeichen von Demut, wenn man sich über sich selbst erzürnt, nachdem man einen Fehler begangen. Nein, es ist dies ein Zeichen von Hoffart, weil man sich wundert, dass man in solch einen Fehler haben fallen können. Es ist dies Hoffart und ein Kunstgriff des Teufels, welcher dich dadurch bewegen will, geliebte Seele, den Weg der Vollkommenheit aus Misstrauen zu verlassen, worauf er nicht ermangeln wird, dich bald zu größeren Sünden zu verleiten. Nein, als dann musst du mehr als je auf den Herrn vertrauen und deine Untreue gegen Gott dazu benutzen, noch größere Hoffnung auf seine Barmherzigkeit zu setzen. So muss man den Ausspruch des Apostels verstehen. Alle Dinge dienen ihnen zum Besten. Römer 8,28 Wozu die Glosse bemerkt, selbst die Sünden. Eines Tages sprach der Herr zu heiligen Gertrud, Wenn jemand eine schmutzige Hand hat, so wäscht er dieselbe, die dann reiner wird als zuvor. Auf gleiche Weise wird auch die Seele, wenn sie nach Begehung eines Fehlers sich durch Reue davon gereinigt hat, mir noch weit wohlgefälliger als zuvor. Besonders lässt Gott es zuweilen zu, dass Seelen, die in der Demut nicht recht begründet sind, in Fehler fallen, damit sie Misstrauen auf sich selbst setzen und allein auf seinen Beistand vertrauen. Sobald du also in einen Fehler gefallen bist, bleibe ja nicht liegen, erhebe dich sogleich durch einen Akt der Liebe und Reue, Nimm dir fest vor, dich zu bessern und setze immer mehr Vertrauen auf Gott. Sage als dann mit der heiligen Katharina von Genua, Siehe, Herr, dies sind die Früchte aus meinem Garten. Wenn du mich nicht mit deiner Hand bewahrtest, so würde ich es noch weit ärger machen. Aber ich hoffe durch deinen Beistand nicht mehr zu fallen, was ich mir jetzt fest vornehme. Solltest du indes dennoch wieder in denselben Fehler zurückfallen, so musst du es immer von Neuem so machen und nie von dem Entschlüsse abgehen, heilig zu werden. Solltest du aber erfahren, geliebte Seele, dass jemand in eine schwere Sünde gefallen ist, so werde ja nicht stolz auf dich selbst, wundere dich auch nicht darüber, sondern habe Mitleid mit deinem Mitbruder, zittere für dich selbst und rufe aus mit dem Propheten, wenn mir der Herr nicht geholfen, so wäre meine Seele beinahe in der Hölle. Psalm 93, 17 So würde ich schon jetzt auf ewig verdammt sein. Hüte dich, dich zu rühmen, von jenen Fehlern frei zu sein, die du an anderen bemerkest, denn sonst würde der Herr, um dich zu strafen, es zulassen, dass du in dieselben Fehler fielst. Kasian erzählt, ein junger Mönch, der seit langer Zeit von einer heftigen Versuchung gegen die heilige Reinigkeit geplagt worden, habe einen alten Ordensbruder aufgesucht, um Hilfe bei demselben zu finden. Jener indessen, anstatt dem Jünglinge Mut einzuflösen und ihn zu trösten, machte ihn durch heftige Verweise nur noch mutloser und trauriger, indem er zu ihm sprach, wie ist es nur möglich, dass ein Mönch an solche Abscheulichkeiten denken kann. Aber was geschah? Der Herr ließ es zu, dass der Greis auf eine so entsetzliche Weise vom Geiste der Unlauterkeit versucht wurde, dass er wie ein Unsinniger im Kloster umherlief. Da begab sich der Abt Apollo, der von der Behandlung jenes Jünglings gehört hatte, zu ihm und sprach, Wisse, mein Bruder, weil du dich so sehr über jenen Armen bei dir hilfesuchenden Jüngling gewundert hast, hat Gott diese Versuchung zur Strafe zugelassen, damit du in ähnlichen Fällen Mitleid mit anderen habest. Auch der heilige Paulus ermahnte seine Jünger bei der Zurechtweisung anderer, die versuchten, ja nicht verächtlich zu behandeln. Deshalb soll man, ehe man jemanden zurechtweiset, wohl bedenken, dass man ebenso elend ist und ebenso leicht fallen könne wie jener. Denn sonst könnte Gott es zulassen, dass man von derselben Versuchung angefallen würde, ja, dass man vielleicht sogar in dieselbe Sünde fiele, über die man sich bei seinem Nächsten so sehr verwundert. Brüder, sagte Apostel, wenn auch ein Mensch von einer Sünde übereilt worden wäre, so unterweiset einen solchen im Geiste der Sanftmut und habe Acht auf dich selbst, damit du nicht auch versucht werdest. Galater 6,1 Kasian erzählt in Bezug hierauf, der Arbt Machetes habe eingestanden, er selbst sei auf die schmähligste Weise in drei Fehler gefallen, weil er dieselben zu streng an seinen Mitbrüdern gerügt habe. Acht Vor allen Dingen, geliebte Seele, musst du dich aber für den größten Sünder halten, der auf Erden lebt. Weil wahrhaft demütige Seelen mehr als andere von göttlicher Erkenntnis erleuchtet sind und deshalb die Vollkommenheit ihres Gottes deutlicher erkennen, so sehen sie auch weit klarer ihr Elend und ihre Sünde ein, weshalb die Heiligen, obgleich sie ein so formes Leben führten, das so verschieden war von dem Wandel der anderen Menschen in der Welt, sich dennoch nicht aus Übertreibung, sondern aus inniger Überzeugung die größten Sünder auf Erden den größten Sünder von allen nannte sich unter anderem der heilige Franz von Assisi. Der heilige Thomas von Villanova lebte in fortwährender Angst wegen der Rechenschaft, die er, wie er sagte, dereinst Gott wegen seines gottlosen Wandels ablegen müsse. Die heilige Gerdrud betrachtete es als ein Wunder, dass die Erde sich nicht unter ihren Füßen öffnete und sie um ihre Sünden Willen verschlänge. Der heilige Einsiedler Paulus rief weinend aus, wehe mir armen Sünder, der ich es nicht verdiene, den Namen eines Mönches zu tragen. In Bezug hierauf erzählt auch der ehrwürdige Pater Avila, dass eine sehr fromme Person Gott gebeten habe, jedoch einmal zu zeigen, wie ihre Seele aussehe, worauf sie erhört ward. Da erschien ihr ihre Seele, obgleich sie nur lästliche Sünden begangen, so hässlich und so abscheulich, dass sie ausrief, O mein Gott, um deiner Barmherzigkeit Willen, lass mich nicht länger solch ein Ungeheuer erblicken. Neun Darum musst du dich also wohl hüten, geliebte Seele, dich jemals einem Anderen vorzuziehen. Es reicht hin, dass man sich für besser als Andere halte, um dadurch schon der Schlimmste von allen zu werden. Du hast die Anderen verachtet, sagte Abt Tritemius, siehe, du bist schlimmer als die Anderen geworden. Es ist genug, dass jemand meine, große Verdienste zu besitzen, damit er keine mehr habe oder alle, die er besessen hat, verliere. Die Demut ist hauptsächlich dann verdienstlich, wann man wirklich glaubt, man verdiene nichts anderes als Vorwürfe und Strafe. Wenn du die Gaben und Gnaden, die Gott dir verlieren, dazu anwendetest, geliebte Seele, dich deshalb Anderen vorzuziehen, so würden dieselben dir nur dazu dienen, dich am Tage des Gerichts noch strenger zu verurteilen. Es ist aber nicht genug, dass man sich niemandem vorziehe, nein, man muss sich auch, wie gesagt, als den Letzten und Schlechtesten von allem betrachten. Und warum das? Erstens deshalb, weil wir gewiss wissen, wie viele Sünden wir begangen und weil wir die Sünden der Anderen nicht kennen. überdies wissen wir auch nicht, wie viele verborgene Tugenden derjenige vielleicht besitzt, den wir jetzt verachten. Ferner müssen wir bedenken, dass, wenn wir die Erleuchtungen und Gaben, die der Herr uns erteilt hat, wohl benutzt hätten, wir jetzt schon heilig sein müssten. Hätte Gott die Gnaden, die du empfangen hast, einem Ungläubigen erteilt, so wäre derselbe vielleicht schon jetzt ein Seraph, ein Heiligkeit, indes du noch immer so armselig und voll Unvollkommenheiten dahin lebst. Dieser Gedanke an deine Undankbarkeit sollte bewirken, dass du bereit wärst, dich einem jeden nachzusetzen, denn die Sünde, sagt der heilige Thomas, ist umso größer, je größer der Undank dessen ist, der sie begeht. Darum ist es auch möglich, dass eine einzige Sünde, die du begangen, vor Gott schwerer wiege, als hundert Sünden eines anderen, der nicht, gleich wie du, mit so vielen Gnaden begünstigt, ja, sozusagen überhäuft, worden ist. Du weißt es, wie viele Sünden du begangen. Du weißt, dass dein ganzes Leben eine ununterbrochene Kette von freiwilligen Fehlern gewesen und dass, wenn du irgendein gutes Werk verrichtet, es doch so voll von Eigenliebe und Unvollkommenheiten gewesen ist, dass dasselbe vielleicht mehr Strafe als Belohnung verdient hätte. Zehn Nach diesem allem solltest du, geliebte Seele, wie dies die heilige Magdalena von Parzis allen Kloster Geistlichen anempfahl, dich für unwürdig halten, auch nur die Erde zu küssen, die von anderen betreten wird. Du solltest überzeugt sein, dass, wenn du auch allen nur erdenklichen Schimpf leiden müsstest, ja, wenn du sogar tiefer als alle Verdammten in die Hölle gestürzt würdest, dies alles noch nichts wäre im Vergleich mit dem, was du verdient hast. Darum solltest du immerfort aus dem Abgrunde deines Elends die Stimme zu Gott erheben und ausrufen, O Gott, habe Acht auf meine Hilfe, Herr, eile mir zu helfen, hilf mir alsbald, denn sonst bin ich verloren, sonst werde ich dich noch ärger als sonst und noch weit mehr als alle anderen beleidigen. Dieses Gebet musst du immerfort, ja, sozusagen jeden Augenblick wiederholen. Wo du dich auch nur befindest, womit du auch nur beschäftigt sein mögest, immerfort musst du ausrufen, Herr, hilf mir, Herr, steh mir bei, Herr, erbarme dich meiner, denn in demselben Augenblick, da du es etwa unterlassen würdest, dich Gott anzuempfehlen, könntest du der gottloseste Mensch auf Erden werden. Hüte dich vor allem auch vor den geringsten Werken oder Gedanken, die aus Hoffart hervorgehen, mehr als vor dem Tode. Ich schließe mit dem berühmten Ausspruch des heiligen Bernhardt. Die Seele hat keine Demütigung, wie groß sie auch immer sei, zu fürchten. Hingegen muss sie die mindeste Hoffart verabscheuen, weil dieselbe sie ins größte Elend stürzen kann. Gebet Ich danke dir, oh mein Gott, dass du mich erkennen lässt, dass alles, was die Welt hoch schätzt, Eitelkeit ist. Gib mir nur die Kraft, mich von allem los zu schälen, ehe mich der Tod davon trennt. Ich unglücklicher habe so viele Jahre gelebt, um mich zu heiligen und ach, wie wenige Fortschritte habe ich bis jetzt gemacht und wie viele gräuliche Wunden erblicke ich in meiner Seele. Habe Mitleid mit mir, oh mein Jesu und heilige mich. Du kannst und willst mich heilen, wenn ich mein Leben ändern will. Siehe, ich will mich bessern. Du hast versprochen, alle dir zugefügten Beleidigungen zu vergessen, wenn der Sünder dieselben nur bereut. Wenn der gottlose Buße tut über alle seine Sünden, so will ich aller seiner Missetaten nicht mehr gedenken. Ezechiel 18 21 Ich bereue es mehr, als alle anderen übel, deine Liebe verachtet zu haben. Vergiss also alle meine Beleidigungen. In der Folge will ich lieber sterben, als dir wiederum freiwillig das geringste Missfallen verursachen. Oh mein Gott, ich will dich lieben. Ach, wen könnte ich auch nur lieben, wenn ich dich nicht liebte? Du verdienst es so sehr geliebt zu werden. Du hast mich erschaffen. Du hast mich durch deinen Tod erlöst. Du hast mich mit so vielen Gnaden überhäuft. Du bist also derjenige, der alle meine Liebe verdient und deshalb will ich auch dich allein lieben. O meine Königin und meine mächtige Fürbitterin Maria, steh mir durch deine Fürbitte bei, damit ich nicht länger undankbar sei gegen deinen geliebten Sohn Jesus Christus, meinen Heiland. Amen.